Hallo. Ich habe heute ein Leuch gefunden. Ich habe ein Leuch gefunden. Schau her. Was? Was hast du gefunden? Ein Leuch. Ich habe ein Leuch gefunden. Hey, dich kenn ich. Ich habe ein Leuch gefunden. Was ist denn eigentlich? Was willst du denn? Hey, ich wollte dich fragen, ob du einen Peter Gahleitner kennst, den Kabarettisten. Wer? Was ist los? Ja, einen Kabarettisten, einen Peter Gahleitner. Kennst du den? Okay. Man, hey, ich trau dir einen Film. Du musst schon was Gescheites sagen. Hast du nicht ein paar Cent für mich? Weißt du was? Ich gebe dir jetzt Geld und dann redest du mal gescheit, okay? Sagst du, dass es dir ganz super gefällt, okay? Ich gebe Geld. Aber du musst dann sagen, dass es dir super gefällt. Ja, sicher. Da. Hä? Also, wir fangen jetzt noch einmal an, okay? Ja. Was hältst du vom Kabarettisten Peter Gahleitner? Wer? Ah. Du sollst jetzt sagen, dass dir der gut gefällt, okay? Ja. Was hältst du vom Kabarettisten Peter Gahleitner? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020